Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge von Nightingale, dem angezockt. Ich würde so gern immer weiterspielen. Jetzt habe ich die ersten beiden Folgen am Morgen aufgenommen. Jetzt sitze ich hier am Abend, mache eine dritte Folge und wahrscheinlich auch die letzte, die ich erstmal aufnehmen kann. Allein aus zeitlichen Gründen. Und wir gucken uns noch ein bisschen an, was hier so geht. Ich würde gerne hier vielleicht diese Quest abschließen, damit wir da ein bisschen weiterkommen. Deswegen farme ich jetzt mal ein bisschen Leder. Und hier oben auf dem Hügel sind die Wölfe anscheinend wieder gespawnt. Nach dem erneuten Einlocken ins Spiel. Und ich glaube auch die Zeit wird zurückgesetzt, habe ich das Gefühl. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die hier waren. Die waren ja auf jeden Fall hier oben, wo der Vogel... da ist einer. Die drehen... Wow. Oh, das war nur ein kleiner Treffer. Den haben wir auch getroffen. Mal gucken, wie viel Schaden 51 habe ich jetzt. Ui. Man kann zum Glück hier ausweichen. So. Gib mir all dein Leder. Ich muss mir Klamotten machen. Am Anfang hat Puck noch gesagt, na, du hast ja getötet, um zu überleben. Oder ein Leben genommen, um selbst zu leben, sozusagen. Mal so ein bisschen die Weisheit. Mittlerweile ist es eher... Ne, ich brauche neue Klamotten. Ich brauche da nochmal ein bisschen mehr. Es tut mir leid, Wolf. Aber so war es damals. In Fae World. Ach man ja, Leute, ich freue mich schon. Ich sitze hier immer noch, wie gesagt, vor der... vor Release. Und habe so Bock, mit euch diese Welt weiter zu erkunden. Aber ein Let's Play zu starten, anhand dieser Preview-Version, sehe ich irgendwie nicht. Nachher ist der Spielstand am Ende nicht kompatibel und wir müssen nochmal neu starten. Oder es sind rudimentäre Änderungen passiert. Im Spiel. Wobei ich unseren Spot schon schön finde hier am Meer. Also es ist schon... Es sieht schon sehr hübsch aus. So, was müssen wir machen? Leder war das, ne? Lederriemen hatten wir, glaube ich, noch. Aber Leder müssen wir machen. Da gehen wir hier in unsere Gerberstation. Sagen automatisch befüllen und können zumindest drei Leder herstellen. Hatte ich noch eins über. Ne, wir hatten ja, glaube ich, zuletzt die Schuhe gemacht. Die brauchten nur einen Leder. Das heißt, wir können maximal noch eine Sache machen. Das bedeutet auch, wir erkunden noch ein bisschen die Umgebung. Und gucken, ob uns noch ein paar böse Wölfe begegnen. Wir können mal was essen, oder? Wir haben so viel gegrilltes Fleisch da. Da sind welche. Das sind zwar keine bösen Tiere, aber sie bringen auch Leder. Wir gehen in die Hocke. Auf die fünf. Nein, die haben nicht gesehen. Okay, wie man sich hier anschleicht. In Valheim ist es ja... Dahin sind Wölfe. In Valheim ist es ja der Wind, der ihm so ein bisschen die Richtung vorgibt. Oh, jetzt. Das ist meiner. Lass ihn. Wohl, warum soll ich die Arbeit machen? Mal gucken. Das ist nämlich echt gut gemacht. Ich muss sagen, als ich zum ersten Mal Nightingale gespielt habe, da fängt er an zu jagen. Da war es so, dass ich an so ein Waldstück gekommen bin und zwei Wildschweine mich angegriffen haben. Ist das was wir auswählen können? Nein. Dann habe ich die Wildschweine bekämpft. Und dann habe ich gesehen, dann kam ein kleines Ferkel aus dem Wald. Also vermeinte ich das Kitten von den beiden und wurde gejagt von Wölfen. Dann habe ich wiederum die Wölfe gejagt, weil ich nicht wollte, dass man dieses kleine Ferkel da killt. Da kommt noch einer. Der kommt jetzt zurück. Und habe das befreit. Dann wollte ich das Ferkel halt, dass es mir traut oder so. Ist natürlich abgehauen. So ist die Natur. Blickt schon, als ich Papi und Mami gekillt habe. Ja, das war so mein erster Einstieg in Nightingale. Ich dachte, wie cool, dass hier die Welt miteinander so interagiert. Die Eltern gemeuchelt. Das kleine Ferkel kommt aus dem Wald. Hatte ich schon ein bisschen Mitleid, muss ich sagen. Auch wenn man natürlich völlig bewusst ist, dass es hier ein Spiel ist. So, Fleisch und noch einmal. Und Leder ist am Start. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter. Oder bevor wir jetzt immer hin und her laufen, dann zwei Fell anlegen oder sowas. Wir brauchen ja, glaube ich, sowieso sechs, sieben, acht Fell, hätte ich mal gesagt. Ich würde gerne wissen, was diese blauen Dinger sind. Da habe ich ja auch eins. Oh. Wie gerade zielst du? Hä? Das war jetzt sehr drauf drüber. Ich habe das Gefühl, dass es nicht reicht von der Entfernung. Ja, das hat funktioniert. Das war wirklich die Entfernung. Ich sehe auch keine Kugel fliegen, aber ich will mal auch so eine Murmelfliegen sehen. So, ich hoffe, der gibt mir zwei Leder. Jetzt haben wir Beutetier, Pelz. Ja, das ist gut, weil dann können wir daraus nämlich erstmal so ein Lederstück herstellen. Ich gehe mir jetzt mal zu diesem blauen Ding. So ein Ding habe ich ja neben meiner Basis. Ist das ein Schnellreisepunkt? Auf jeden Fall gibt es hier Kisten zu looten. Irgendwas. Und Rohr, Edelstein, Saphir haben wir gefunden. Und nochmal einen Heiltrank. Da gibt es in der Regel auch noch was zu futtern. Und irgendwo liegt hier noch eine Kiste. Meist auf dem Sockel. Da sind Kerzen. Was machst du? Da ist noch eine Kiste. Nochmal einen Heiltrank. Und eine Querycard. Erhöht das Steinvorkommen. Das ist wahrscheinlich so, also ich gehe jetzt davon aus, zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich es nicht, dass man ja diese verschiedenen Karten in dieses Terminal legen kann, damit halt eine andere Welt entsteht. Und man dann zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt in den Wald und ich will aber Steine sammeln. Oder Erze oder besondere Ressourcen. Oder ich will einen Boss bekämpfen. So soll das ja später mal ablaufen. So habe ich es zumindest jetzt verstanden. Kann auch sein, dass ich total ein Quatsch rede. Und das ist dann wohl eine Karte, die uns halt in einem Gebiet mehr Stein bringt. Ja, aber hier können wir nichts viel machen, oder? Kletterst du da hoch? Auch nicht. Ich dachte, das wäre vielleicht so etwas wie ein Schnellreisepunkt oder so, dass man durch diese Welt schneller hin und her kommt. Der See ist aber auch schön, ne? Das wäre aber auch mal ein sehr schicker Spot, um sich eine Basis aufzubauen. Und bis jetzt haben wir gerade mal so eine primitive Holzhütte, in der ja noch nicht viel von der Basis ist. Ich meine, das ist eine Unterkunft. Aber es hat natürlich jetzt noch nicht viel besondere Bauteile drin. Es ist ja ein paar Äste, die zusammenstehen. Mit ein paar Seilen zusammengebunden. Ich glaube, wir laufen hier so eine Runde, oder? Wir gehen da oben rum und dann da runter und wieder zu unserer Basis zurück. Dann haben wir ein bisschen was von der Umgebung gesehen. Und man sieht ja in den Trailern, dass man sich da komplette Städte aufbaut mit richtig schönen viktorianischen Häusern. So nennt man das, glaube ich, von der Zeit her. Oh, da habe ich die Familie gestört. Er flüchtet, ich tue ich nichts. Wäre zwar jetzt mal Leder gewesen, aber bis Papa die Armbruststeinschleuder raus hat, ist der Mob verschwunden. Noch ein Heildrang, noch einen rohen Edelstein und noch mal ein Talisman. Talisman sind Gegenstände, mit denen Kleidung oder Nebenhand Gegenstände ausgestattet werden, um die Weltenwanderungsfähigkeiten zu verbessern. Aha. Und wie verbinde ich das? Rechtsklick, ablegen, extrahieren. Ne, das wollen wir nicht. Rechtsklick reparieren, ablegen. Boah. Nebenhandgegenstände. Das wäre ja Essen. Oder muss ich es hier auf die Leis legen? Warte mal, wir haben ja sehr viel verschiedenes Fleisch. Ne. Also, muss es irgendwie auf dem Gegenstand? Kann ich es denn auf... Das ist kein Nebenhand, ne? Kann ich es auf Klamotten draufziehen? Nö. Okay. Ich weiß es nicht. Aber das finden wir alles gemeinsam raus. Spätestens zum Release. Am 20. Ich freue mich schon drauf. So, ich glaube, die Dinger hier, diese Bauten, die so ein bisschen futuristisch aussehen, haben wir auch welche in der Wüste gesehen. Die kann man, glaube ich, begehen. Aber... Ja, ich war wieder zu langsam. Nein, 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 nein. Nicht angeschlossen flüchten. Das ist nicht gut. Papa muss... Keine Ahnung. Papa muss erstmal hinterher rennen. Jetzt haut das ab. Ne, das ist auf die Entfernung. Jetzt habe ich beide getroffen. Na, super. Ich bin ja ein toller Jäger. Gucken, ob ich es schaffe. Ausdauertechnisch komme ich hinterher. Ich glaube, ich müsste fast die Achse in die Hand nehmen. Bin ich besser als mit dem Bogen? Was? Was? Ich habe eben unten auf die Leiste geguckt, um das Messer zu wechseln, ist hier in den Stein reingerutscht. Guckt euch doch mal das an. Hier. Das gibt es doch nicht. Nee, ich bin mit diesem Armbrust-Bogen bin ich auf jeden Fall nicht schnell genug, um zuverlässig zu treffen, obwohl ich jetzt schon viele Chancen versemmelt habe. Das gibt es doch nicht. Das Reh dingt sich auch hier. Digga. Ich weiß nicht, wie viel man da vorhalten muss. Ey. Jetzt fängt es an zu regnen und es fängt gleich wieder an zu hageln. Ich bin zu blöd. Oh. Himmelswillen. Ich bin der schlechteste Läger ever. Kann ich aber nicht denn ernst sein? So, wir müssen das mal ganz schnell machen. Sammeln mal ein. Sonst kommt gleich der Hagel. Und dann bin ich der Gejagte der Natur. Okay. Noch jemand? So, ich war ja eigentlich auf dem Weg hier zu diesem Gebäude, bevor ich wie blöd hinter dem Fieder hinterher gerannt bin. Mann, Mann, Mann. Ach ihm. Aber hier kann man scheinbar nicht reingehen. Die sind auch zu klein. Sind wahrscheinlich alles nur so Wahrzeichen oder so. Oder wir drücken geheimen Schalter und kommen dann ins Portal. Ob man hier über das Wasser kann später? Ist das alles nur Kulisse oder können wir da hin? Finden wir auch alles raus. Mit der Zeit. So ein kleiner Rundgang über diese Insel. Der verbraucht aber langsam Ausdauer, wenn ich Sprinte, merke ich gerade. Oh, okay. Ich wollte gerade noch sagen, gut oder böse. Haben wir jetzt geklärt? Das war ein eindeutiger Angriff. Ich bin nicht schuld. Gut, grundlegend bin ich schuld, weil ich ja neue Klamotten haben will. Sie sind überladen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Irgendwann muss ich das doch mal sagen. Okay, wir droppen. Wir droppen das Holz. 49. Was haben wir noch so vieles dabei? Diese Erze sind das wahrscheinlich und das Fleisch. Aber das lasse ich jetzt hier nicht liegen. Knochen können wir liegen lassen. Hier, die zwei. Finde ich übrigens ein gutes System mit dem Ablegen. Okay, dann sind wir schon wieder überladen. Ich kann es auch gar nicht mehr aufnehmen. Okay, da es jetzt wirklich immer mehr anfängt zu hageln, müssen wir noch irgendwas loswerden. Ich lasse mal die Äste her. Die kann ich die ganze Zeit auf jeden Fall bekommen. Und atme da auf. Gut, dass ich das nicht schleppen muss. Knorren. Knorren. Okay. Ab nach Hause. Tja, die Alien Engine 5 kann schon was. Ich meine natürlich mit entsprechender Krakka sieht das richtig gut aus. Aber auch auf schwächeren Grafikkarten läuft das gut. Aber was ich gemerkt habe nach Ark und anderen Titeln so eine GeForce der 40er Serie mit diesem Frame Generation also die praktisch die Frames ja fast verdoppelt oder zumindest ein Drittel mehr oben drauf haut in dem es so Zwischenbilder berechnet. Das ist schon wirklich ein Game Changer bei Grafikkarten. Und das ist hier bei dem Spiel nicht anders. Also normal zocken gar kein Problem. In 1440 60 FPS. Wunderbar. Wenn du DLSS anmachst hast du Aua, aua jetzt wird es aber schon wieder unangenehm. Dann hast du auf jeden Fall genügend Performance oder FSR oder was halt deine Grafikkarte her. Was steht denn da? Aber dann noch parallel aufnehmen an eine Statue. Okay. Ab nach Hause. Ich brauche ein Dach über den Kopf. Leider schützen mich die Bäume nicht. Das ist schon eine andere Nummer wenn du parallel noch aufnimmst oder streamst. Dann darf halt die Grafikkarte auch nicht bis zum Maximum ausgelastet sein sonst kann es halt ruckeln. Also gerade wenn man auf einem PC spielt und aufnimmt oder streamt und alles parallel macht. So. Neues Leder für neue Klamotten. Was ist mit ihm? Müssen wir uns ausruhen? Ja guck mal hier Gemütlichkeit geschützt und alles. Nochmal dreimal. Okay ich ruhe mich mal ganz kurz aus. Da sind wir völlig erholt. Fleisch können wir auch noch hier rein machen. Aber erst mal Brennmaterial. Und wir machen einmal Heilsalbe würde ich sagen. Brennstoff verwalten haben wir nicht mehr. Automatisch befüllen und jetzt? Abbrechen. Na der kocht noch oder was? Okay nochmal. Gebratenes Fleisch. Automatisch. Zehn Stück. Abbrechen. Herstellen. Okay irgendwas hat gehangen. 7, 8, 9 haben wir. Next. Heilsalbe. Automatisch befüllen. Alles herstellen. Jetzt geht's wieder. Wobei wir müssten mal gucken. Die Rose City haben uns ja glaube ich Ausdauer gebracht. Wir sind immer noch überladen. Moment. Wir legen ab Steinchen. Diese Quarz oder was das sind. Leder haben wir dabei. Okay. Lass mal gucken wie weit das Leder ist. Hier wird noch geschabt. Wieso bin ich denn immer noch überlastet? Moment. 50,2. Was ist denn so schwer? Die Murmel sind bestimmt schwer und das Fleisch wird schwer sein. Und wie schwer ist so ein Leder? Oh 6 Kilo. Alles klar. Jeder Lederlappen 2 Kilo. Da sind bei 50 Kilo Gesamtgefragbarkeit ist das natürlich relativ wenig. So. Wir machen uns mal ein Kopftuch. Ja. Weil das habe ich definitiv noch nicht hergestellt. Dann könnten wir auf jeden Fall noch das Hemd machen. Leder hätten wir. Pflanzenfasern wären benötigt. Wir ziehen jetzt erst mal das neue Kopftuch an und gucken wie wir damit aussehen. Ah. Habe ich schon auf. Moment. Haha. Cool. Ja. Schick. Cool. Und gibt uns noch mehr Schutz. Widerstand gegen Regen etc. Vielleicht können wir dann mit diesem gut gepolsterten Kopf auch den Hagel abhalten oder so. Wäre ja zumindest wünschenswert. Pflanzenfasern war das Thema. Alles klar. Wir müssen noch mal gewichtlos werden. Ich würde sagen wir legen das Fleisch mal ab. Das langt aber immer noch nicht. Dann lege ich kurzfristig meine Mürmelchen ab. Jetzt sieht es besser aus. Wo ist meine Sichel? Auf der 3. Kriegt man eigentlich auch mehr Beeren raus? Ne. Die muss man so sammeln. Alles klar. Ich frage mich auch in welchem Turnus hier dann Gräser und Büsche nachwachsen. Also in welchem Tagesrhythmus oder sowas. Wir können ja mal ein paar Blaubeeren erstens auf der 6. Dann gibt es wieder mehr Ausdauer. Außerdem werden wir satt. Ist jetzt auch nicht das Schlechteste. das müsste aber reichen um uns jetzt noch ein bisschen Klamotten herzustellen oder? So. Wir hatten was haben wir hergestellt? Jetzt muss ich ganz kurz mal schauen. Wir hatten die Stiefel neu und sonst nur den Turban, den wir jetzt hier gerade aufhaben oder das Kopftuch. das heißt wir machen uns ein Hemd ein paar Hosen und Handschuhe. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. So, da haben wir das Hemd. Haben wir auch. Dann können wir unser altes können wir extrahieren. die Hosen aus der alten Welt. Auch die extrahieren wir. So, wie sind wir denn jetzt von der Ausrüstung? 17 von 20. Es langt immer noch nicht. Hatte ich nicht noch Handschuhe hergestellt? Ah, die sind da noch drin. Ich wollte gerade sagen, die haben wir nicht abgeholt. Da. Ich glaube, so jedes, ja, jedes, jedes Kleidungsstück hat nur einen Punkt dazu gebracht. So, 20, 20, 20, 20, 20, dann gibt es noch einen Rücken und wir können noch diesen, diesen Umhang machen und dazu brauchen wir wahrscheinlich noch mal zwei Leder. Kann das sein? Ja. Okay. Leder automatisch. Da fängt am Hamster an zu humpeln und wir haben auch nur noch getrennte Lederfetzen. Genau, das hatten wir ja schon mal das Thema. Gut, ich würde sagen, ich sammle das noch schnell, das Leder und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Da ist er wieder zurück. Jetzt haben wir noch ein bisschen Leder besorgt. Jetzt habe ich schon eins habe ich schon verarbeitet. Und wir machen diese Kapuzen Jacke hier. Haben wir auch. So, jetzt müssen wir doch eigentlich auf 19 kommen. Da. Die alte können wir auseinandernehmen. Kriegen wir zumindest 10 Essenz wieder. So, wir haben jetzt alle Klamotten haben wir auf 20. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Sichel und dann kommen wir wahrscheinlich exakt auf die geforderten 20 vom Ausrüstungswert. hat. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, was so eine Sichel braucht. Die verlangt Riemen haben wir. Holz und Steinblöcke. Holz haben wir keinen mehr, Steinblöcke haben wir hier. Legen wir mal das Zeug hier ab. Ich glaube, doppelklicken legt das auch ein bisschen schneller weg. Wieso habe ich eigentlich sechs provisorische Fackeln? Das kann doch nur sein, dass ich die gelootet habe. Und wir haben immer noch ein bisschen Leder übrig. Da besorgen wir halt nochmal. Sind die anderen wieder? Ne, die Steinblöcke sind noch nicht wieder da. Haben doch bestimmt irgendeinen hier zwischendurch noch nicht abgebaut. Da. Zur Sicherheit nur, falls diese Sandblöcke dann nicht gelten. Aber ich glaube, es müsste gehen. Und wir müssen noch einen Baum fällen für ein Stück Holz. wobei man sagen muss, hier streift dieser große Hirsch, oder was das sein soll, mit seinem leuchtenden Blau, streift er durch die Wälder. Und während er durch die Wälder streift, holzt er jede Menge Bäume ab. Und die liegen hier auf seinem Weg. Ich glaube, der war hier oben. Somit können wir hier eben mal ein Stück Holz einsammeln. Hier müsste noch viel mehr liegen, außer das Deespawn. Ne, hier seht ihr, der bahnt sich nämlich seinen Weg hier durch den Wald. Oh ja. Kleinen Moment mal. So, machen wir mal. Ja, 48 passt schon. Und damit können wir relativ schnell Holz farmen. Also wenn man dem einfach hinterherläuft, sammelt einfach das Holz ein. Dann hat man auf jeden Fall genügend Holz, um hier sein Kram aufzuwerten. Um ein Haus zu bauen. Nicht so wie ich, der sich hier an den Bäumen hacken versucht hat. So. Das müsste jetzt aber reichen, um die große Sichel zu machen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich glaube, ausrüsten bedeutet dann auch hier entsprechend drauf. Und das extra hier. Hm. Jetzt habe ich jedes Werkzeug meines Erachtens ersetzt. Was haben wir denn noch nicht gebaut? Lass mal ganz kurz durchgucken. Wir haben die Axt, wir haben die Spitzhacke, die Sichel, das Messer und die Armbrust. den Kletterpickel. Also, wenn wir mal das Jagdmesser haben, haben wir den Bergmondpickel. Das haben wir Steinmummeln, Sichel, Schleuder. Den Kletterpickel hat man doch hergestellt, oder war das eine andere Aufnahme? Kann sein, dass ich den Kletterpickel noch nicht habe? Dann stelle ich halt nochmal her. Aber den habe ich ja nicht ausgerüstet. Ja, da geht es natürlich nicht hin. Ich kann es natürlich hier auf die Waffe legen, aber nee. Wir haben noch was für einen Rücken. Wir haben aber keinen Rückengegenstand. Und nun? Vielleicht einen Tragesack bauen. Da brauchen noch zwei Leder. Kriegen wir das hin? Jo. Genau zwei haben wir noch. Naja, vielleicht langt es ja. Wer weiß, geht hier schon wieder die Sonne unter. Ja, die Sonne darf da bei dieser Optik aber wirklich untergehen. Guckt euch das doch mal an. Mal die Werkzeuge durchschalten. Die Sichel sieht so aus. Ein Messerchen haben wir schon gehabt und die Kletteraxt. Ah, es sind zu zweit. Kann ich mich jetzt hier einen Berg hochziehen? Im Sonnenuntergang sich die Beine brechen. Das wäre daraus was Hübsches, oder? Okay, ich habe nicht genügend Ausdauer. Das ist ein Argument, das verstehe ich. Hau dir mal so ein paar Bären rein, dann haben wir auf jeden Fall genügend Ausdauer. Okay, ich drücke mal springen mal. Oh, krass. Okay, man kann sich damit hochziehen, aber nicht mit 50 Ausdauer oder was das ist, oder? Und dann, ja, dann tut man sich irgendwann weh. Okay, wir brauchen also viel, viel mehr Ausdauer. Das heißt, wir müssen entweder das richtige Essen oder wir müssen einfach viel, viel stärker werden. So, wie weit ist denn das Leder? Mensch, das dauert. Aber cool, dass es funktioniert. Also, finde ich wirklich fantastisch. Jetzt ist die Frage, können wir auch in anderen Objekten uns hochziehen? Jo, geht. Naja, das Ding ist von innen holen. Das ist wahrscheinlich nicht vorgesehen, dass wir hochgehen. naja, haben wir die Kiste schon geplündert? Nein, haben wir noch nicht. Oh, was ist denn hier? Eine Apogen Card. Blade this card into eternal night. Greatly increase the yield of boundary resources. Gut, so weit sind wir noch nicht. Wir haben ja noch nicht, also wir looten das immer alles hier. Wir haben ja noch nicht ein Portal, wo wir die einsetzen können. Zumindest habe ich es nicht gesehen oder gibt es hier eins auf der Karte. Hier ist der Kraftort. Das war dieses Objekt, mit dem wir irgendwelche Karten einlösen können. Okay, wie gesagt, Early Access Version werden wir loslegen. Das kriegen wir hin. So, dann machen wir noch den Tragesack. Bin ich doch mal, ja, da haben wir es geschafft. Es war der Tragesack, der gefehlt hat. Haben wir die schon ausgerüstet? Ah ja, das ist der Rücken, genau. Wie viel können wir jetzt tragen? 100 Kilo, verdoppelt. Lass uns es doch mal anschauen hier, oder? Ja, das doch. Das sieht doch schon mal gepflegt aus. Boah. Das sieht schon richtig nice aus. Cool. Cool, cool, cool. Wir haben jetzt endlich einen Rucksack Erweiterung. Das heißt, endlich mehr schleppen. Juhu, wir können größere Häuser bauen und 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 so. Entwurf Freischaltung große antiquarische Karte. Wie machen wir das? Die große Weltenkarte kann durch den Abschluss der Kraft Orts freigeschalten. Aha. Kann das sein? Da wird was dargestellt. Seht ihr das? Da oben. Ist das was, wo wir hin müssten? Gute Frage, ne? Hier ist doch irgendwas markiert oder ist das nur Osten? ist nur Osten. Da ist was markiert. Ein gelbes Schild. Wir rennen mal dahin. Das ist wahrscheinlich der Turm. Oder schlafen wir? Komm wir schlafen dann ist wenigst wieder hell. Ich hab echt das O vom Osten als Markierung sehen. Oh Mann ey. Es ist spät abends. Ich nehme hier wirklich unter erschwerten Bedingungen auf. Können wir uns untersuchen? Ruhezeit? Geht noch nicht. Muss erst die Sonne unter gegangen sein. Das warten wir jetzt aber nicht ab. Aber da oben ist eine gelbe Markierung. Das wird sein. 12, 13. Wer will hier? Nee, ist einer von denen. Ich bin auf so okay, sie reden mit. Die haben noch gar nicht gesprochen mit Wilhelm in Ersasse. Wir sind sie haben was mit einem Oh Gott, nee. Okay, wir können nur sagen ich bin auf der Flucht da. Das klingt gut. Diese Welten sind mir neu und ich versuche zu überleben. In letzter dazu müssen sich in Welten viele neue Gesichter. Wir klicken das mal durch. Das Sammeln dieser Geschichten ist mein Beruf. Sie ist also Geschichtenschreiberin. Interessant. Ach, diese Kolumnistin, ja, also sie hat eine Zeitung aus Nightingale. Neue Kunden sind stets willkommen. Sehr gut. Sie sind aus Nightingale City, oder? In der Tat, das bin ich. Alles klar. Wie können wir zurück gelangen? Leider nicht. Okay. Okay, wir können also nicht zurück. Gut. Okay, wird anscheinend abgehakt, mit was wir schon gesprochen. Ne, sie sprachen von Schutz. Das ist vielleicht die Story. Er ist, was? Von der ruhigen Sorte. Okay. Warum sollte ich mich kümmern? Nein, das ist nicht das Prinzip von solchen Spielen. Ich würde, es erscheint mir vernünftig. Okay. Weltenwandler können andere Überlebenden helfen? Cool. Wenn sie Aufgabe für sie erfüllen, können sie ihre Gruppe rekrutieren. Alles klar. Okay, wir können die hier einsetzen, damit sie unsere Sourcen sammeln. Das ist natürlich gut. Das wusste ich nicht. Okay, und sie können auch Behältnisse wie Lager nutzen. Haben sie jetzt irgendwelche Gerüchte gehört? Ich gehe mal die weiter, wo so ein kleines Vöglein davor ist oder so eine Markierung. Ich denke mal, da wird es weiter gehen. Nicht umsonst klar. Ist ja wohl klar. Ah, sie will auf mein Handbuch lehnen. Okay. Okay, machen wir. in artiquarischen Waldwelten. Ich traufe mein Reisen einen gewissen Aurelio Acevedo Ortega. Okay. Und er ist verrückt geworden, hat er nach dem Schatz gesucht, nach dem Ringen. bei uns wird kalt. Okay, mehr können man nicht machen. Die Nelly Blue aus dem Schändlichen New York. Okay. Ich muss mich mal hier beeilen. Ich erfriere hier. Ich muss hier leider mal durchklicken. Ein Doktor, die erzählt mir jetzt alles Mögliche, was er so gesehen hat. Wie weit geht das? Okay, vergessen sie es. Das war erstmal alles. Okay, wir können die rekrutieren, aber wir haben immer noch nicht diese Quest abgeschlossen. Das muss doch bei ihr sein, wenn das hier so markiert wird, oder? Gute Frage. Fährten rekrutieren sollen wir. Kann ich einen Händler rekrutieren? Kann ich dich rekrutieren? Nee, du kannst nicht mit mir nach Hause kommen. Wie sitzt denn? Ah, da steht es ja drüber, wenn wir rekrutieren können. Mike, ey, hast du Bock? Ich habe eine geile Hütte am Strand. Komm mal mit Mike. Mike ist verfügbar, der wird rekrutiert. Wir haben einen Begleiter, Mike. Coole Nummer. Sehr gut. Und den können wir jetzt hier ausstatten mit allerhand Dingen. Mike hat schon eine Ausrüstung, der hat sogar schon einen Bergmannspickel. Da hätte ich ihm vielleicht meine Werkzeuge überlassen sollen, die ich jetzt gerade gut, je nach Aufgabe. Wo ist dann hin? Da ist er. Kommst du mit mir nach Hause? Folgst du mir? Mike? Rekrutieren, Rekrut verlassen. Nee, ich gucke mal, wir rennen mal nach Hause, ob der mir folgt. Ja, da ist er hinter mir. Sehr gut. Braucht er jetzt ein Bett? Komm, wir schlafen jetzt mal und gucken, ob wir uns aus müssen, wir durchschlafen können. Gute Nacht. Ah, guten Morgen. Erholt. Ist Mike noch da oder ist er geflüchtet? Da steht er. Mike, du Aldis Socke, lass dich angucken. Komm mal mit, Mike. Komm, wir gucken den Sonnenaufgang an. Jetzt habe ich einen Freund hier in der Apokalypse, hätte ich beinahe gesagt, das war keine Apokalypse. Kommt er her? Mal gucken, was er macht. Und jetzt läuft er hier rum. Cool, was macht er denn? Sammelst du Ressourcen für uns? Yo, funktioniert ja richtig gut. Ja, coole Nummer, Mike. Mike, die Sonne geht auf, diese Folge geht zu Ende. Mike, wir sehen uns in der Vollversion wieder, würde ich sagen, wenn du da noch da bist. Ich weiß es nicht. Ich freue mich sehr auf den Null Excess, ihr Lieben. Wir haben so einen kleinen Ersteindruck geschaffen, wir müssen noch Karten freischalten, dann werden wir auch diese Welten reisen. Ich kann halt mangels Zeit hier nicht so weit reinspielen, aber wir haben einen kleinen Ersteindruck von dem Spiel. Ich finde es sehr, sehr gut. sehr auf den Early Excess am 20. 2. Ist es endlich soweit, wenn ihr das Video seht, noch eine gute Woche und dann starten wir mit dem Let's Play. Mike, ich hau ab, mach's gut und ihr auch da draußen. Tschüss!